Die Voice Chat Software Skype oder Teamspeak kennen von euch sicherlich sehr viele, jedoch haben beide gewisse Vor- als auch Nachteile. So muss man beispielsweise für eigene Teamspeak Server Geld bezahlen und bei Skype kann man immer nur eine Mindestanzahl von Freunden in ein Gespräch hinzufügen und bekommt außerdem noch viel nervige Werbung angezeigt. Mit Discord ist nun eine weitere wunderbare Alternative auf den Markt gekommen, welche es euch erlaubt, eigene Server völlig kostenfrei für euch und eure Freunde oder euer Projekt zu erstellen oder anderen beizutreten und das alles ohne Werbung. In diesem Tutorial aus dem Tutorial Center erklärt euch Lukas, wie die App funktioniert und gibt euch einen kleinen Einblick. Die App erscheint in einem sehr schlichten Design und ist sehr übersichtlich und benutzerfreundlich, was einen schnellen Einstieg ermöglicht. Nutzen könnt ihr das Netzwerk bequem von eurem Browser aus, jedoch auch via Programmen von macOS oder Windows sowie als App für iPhone oder Android. Neben der Serverfunktion könnt ihr auch einzelne Personen direkt als Freunde adden und mit ihnen chatten. Auf den Servern ist es allerdings möglich, mehrere Channels zum Reden als auch zum Schreiben zu erstellen und bestimmte Gruppenrechte zu erteilen, damit sie sie beispielsweise joinen können oder andere Nutzer vom Channel kicken dürfen. In den Optionen ist es dann weiterhin möglich, genau festzulegen, wann man Benachrichtigungen erhält oder man kann das Erscheinungsbild verändern. Außerdem kann man Spiele zu einem Feed hinzufügen, um Freunden und Servermitgliedern zu zeigen, was man gerade spielt oder welches Programm man gerade benutzt. Ebenso kann man Overlays für Spiele aktivieren oder einen Streamer-Mode einschalten, um zum Beispiel während einer Aufnahme nicht gestört zu werden. Um Discord nutzen zu können, braucht man nicht einmal einen Account, jedoch ist dies dann nur vom Browser aus möglich. Für die Desktop-Anwendung und die Apps benötigt man immer einen Nutzer-Account. Hierfür kann man sich einfach auf der offiziellen Webseite anmelden und sich einen kostenfreien Account erstellen. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr uns gerne auf unserem eigenen Discord-Server besuchen und euch mit unserer Community verbinden. Den Link zum Beitritt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun, was haltet ihr eigentlich von dieser neuen Voice-Chat-Alternative? Schreibt das doch mal in die Kommentare, das würde uns sehr interessieren. Für weitere nützliche Tutorials lohnt es sich außerdem einmal einen Blick auf unsere Website Tutorial-Center.tv zu werfen. Nun aber erst einmal viel Spaß beim Ausprobieren von Discord. Bis dahin!